Das ist die Trox-Lösung für die Außenluftansaugung. Wir haben die Außenluftansaugung für die FK2EU und auch für die große Runde SKR-EU gelöst. Dann bekommen die Brandschutzklappen jeweils den Anhang pro DA. Warum Außenluftansaugung? Die Außenluftansaugung kann dazu führen, dass Sie einen Kondensatabschlag am Gehäuse der Brandschutzklappe kriegen, aufgrund des großen Temperaturdeltas von der Inderseite zur Außenseite. Ab Werk haben wir diese Brandschutzklappe isoliert und die können Sie dann so wie sie ist auch in die Massivwand einsetzen. Wir haben die Brandprüfung gemacht für die Massivwand und für die Massivdecke. Wichtig bei der Brandschutzklappe ist, dass die technisch zugänglich bleibt. Die technische Zugänglichkeit haben wir gelöst über den Inspektionsdeckel, den Sie herausnehmen können und dann alle Arbeiten und Kontrolle durchführen können und auch im Nachgang wieder verschließen können. Diese Brandschutzklappe ist verkaufsbereit. Seit September letzten Jahres steht sie dem Markt zur Verfügung und kann genutzt werden.